Was geht ab? Ich bin's wieder, euer Helmin und wir spielen gerade auf UTS-Lick, auf jeden Fall habe ich den Controller in der Hand. Ich bin gerade live. Alles klar Leute und auf jeden Fall werde, also mein Opa ist jetzt hier und er muss ein bisschen laut reden, weil er kann das nicht so richtig verstehen und so. Und wenn er es jetzt fertig geladen hat, dann join ich einfach rein. Ja, da habe ich aufgehört Leute, in den letzten Part. Wisst ihr noch? Ja, da wollen wir doch vertreten. Ja, der eine hat in der Woche zertreten. Ja, da haben wir auf einen Bart. Ja, wir kommen nur witz. Ja, dann sind wir auch noch alles zurück tenemos. Ach so. So. Leute! Nein, 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 nein. Dieser Ort gehört ihn nicht mehr. Dann wäre gespalten. Was ist Ria? Unbekannt. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. So Leute, jetzt gehts weiter. Endlich! Schrote. Auf Wiedersehen. 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 Jungs, sauf! Rainn soll also noch mal E3N erzählen. Noch mal gehört? Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Das ist einfach nur Bombe! Und dann hoch! Und abonnieren Leute! Für Part 3. Und den nächsten Part 4. Wenn wir hier bei diesem Video 15 Likes schaffen. Dann kriegt ihr Part 4. Halt! 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 Was der hell ist das? Das wäre dann wohl E3N. Jawohl, Sir! Patty Officer First Class E3N. Erweiterter taktischer Moment 3.9. Ja, ich weiß. Nennen Sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Order auf der Retribution zu bezeichnet. Wo war mir für den Kampf? Vorher noch ganz mehr. Geborener Keller. Du siehst aus, als hattest du ganz schön was drauf. Sie machen mich ja ganz nervös. So! So! Da wir uns jetzt alle kennen, können wir es schaffen. Halt! 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 Okay. Oh, my I really love you thus I don't know. Oh,paid trás, komm, rein. okay yo oh 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 ja ich habe eine geile Waffe eine Mini okay gibt eine geile Waffe ich brauche eine geile Waffe hier ja Jesus Christ Jesus Christ ich habe sie nachher in der anderen Folge leitet habe ich somit gut abgestürzt Juki ich beschütze dich ich beschütze dich ich beschütze den ja ich beschütze dich ich beschütze dich ich beschütze jetzt nur den ich beschütze dich ich beschütze dich ich schütze dich fall hin und leg dich direkt hin fall hin und leg dich direkt hin das war aber die Platte Sehr gut! Bitti bitti bitti, bitti! Steht me, zinn! Okay 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 Apparently I'm gonna go Das hat ja dann Das hat ja dann Das hat ja dann Das hat ja dann Oh mein Gott Leute, die ist ja voll, wo ist der andere, da ist er, kommt her, den habe ich gekriegt, den habe ich, den habe ich, das habe ich gekriegt. Alter, was willst du da rufen, oder? Oh Leute, ich fang dich noch nicht. Ich brauche diese Fische, ich brauche diese Fische, ich brauche diese Fische. Ja Leute, ich muss gleich essen, aber dieses Video hier kommt trotzdem noch davor online. Also, hoff ich. Ah, fertig! Wollt! Boah, jauert mich dieser Frosch. Oh, den habe ich erwischt. Ich muss auf jeden Fall die und den wechseln. Jetzt habe ich hier einmal eine geile Waffe. Junge, ich stecke dich, ich stecke dich, ich stecke dich. Nicht, weg dich. Oh mein Gott. Ja, leider. Ja, leider. Ja, leider. Du sollst hier geboxt werden. Du sollst hier geboxt werden. Fehlst du geboxt. Aber ich habe ihn auch gekriegt, ich habe ihn auch gekriegt. Und bitte nicht alles von vorne. Nein. Leute, von heute. Leute, das will ich noch schaffen, bevor ich essen gehe. So, kommt der. So, kommt der. Jetzt, ich muss auf jeden Fall die Waffe. Ataaaah! Scheiße! Kommt! Ja, aber jetzt bin ich noch nicht mehr. Okay, ich weiß, dass ich es so ungefähr ein Minuten kann. Ich bin jetzt so ein bisschen zu schaffeln. Ich bin jetzt hier. leute 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 ich muss diese leute kacke man ich würde sagen wie lange geht schon das ok 13 minuten reicht heute aber ich wollte nur noch sagen es kommt noch ein dritten ja wenn ihr dieses video 15 likes schafft dann gibt es den vierten teil ich werde extra jeden tag einmal gucken und ja wenn ihr 15 likes schafft dann habt ihr noch eine verdient